Und läuft. So. So. eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Da. Da. Und da. Alle da. Es kann losgehen. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Kram. Guten Morgen, Sessel. Guten Morgen, Zottelmottel. Und... Guten Morgen... Grüße 4! Tada! Hallo. 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 Oh, ist das schön. Hallo, Rüssel 4. Fangen wir an? Ja, klar. So. Eins, zwei, drei. Bim bum bum. Kommt, wir fangen an. Bim bum bum. Kommt, wir fangen an. Oh, danke für die Unterstützung. Hey, wie ihr seht, habe ich heute einen Gast. Und zwar meinen Freund Rüssel 4. Schön, dass du gekommen bist. Ja, klar. Mach ich doch gerne. Und geht's dir gut? Klar geht's mir gut. Oh, Zottelmottel. Ich habe gesehen, wie du auf der Wolke geritten bist. Ja, das war toll. Da bin ich ganz, ganz hoch geflogen. Ja. Oh, ich saß in der Röhre und dachte, was ist das denn? Habt ihr das auch gesehen? Oh, das war super. Das mache ich nochmal. So. Und jetzt fangen wir aber an, weil wir machen heute nämlich, willst du es verraten? Äh, nicht du. Nicht du. Nicht du. Nicht du. Nein du. Nein du. Nein du. Na gut, ich verrate's. Wir bauen eine Murmelbahn. Ja, und für unsere Murmelbahn brauchen wir Klorollen. Tada. Die hat Zottelmottel schon mal angemalt und beklebt. So. Und die hier, habe ich gemacht. So. Mit Röhren schmücken kenne ich mich gut aus. Ja. Und dann brauchen wir noch, ähm, hier sowas. So Klebeband. Oder irgendwas in der Art. Genau. Und ja. Natürlich dann auch Murmeln. So. Und jetzt geht's los. Wir nehmen das Klebeband und bekleben damit den Rüssel. Hey. Was machst du denn? Guck mal hier. Noch eins. Oh. 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 bist mir ja einer. So, und dann brauchen wir natürlich noch Mummeln. Genau, Mummeln. Wo sind denn die Mummeln? Ich weiß nicht. Vielleicht, Fanny? Kannst du uns mal helfen? Ja klar, mach ich. Oh, die ist schön, aber ein bisschen groß. Hier ist noch eine andere. Oh ja, die ist toll, die nehmen wir dann. Alles klar. So, und dann zeigt euch Russell 4 mal was. Ja, mach ich. So. Und ich gucke. Hier. Schaut mal. Wir haben das hier schon mal gemacht, dass man das auch direkt bauen kann. So. So. Gut so. Ja, vielleicht noch ein bisschen um die Kurve. So. Oh. Hier um die Kurve. Weiter hoch. Oh. So. Ja, sieht gut aus. Nimmst du mal die Mummel? Oh ja. Und los. Oh. Nochmal. So. Oh. Entschuldigung. So. Gut. Und. Ja, hat geklappt. Ja. Aber ist ein bisschen wenig, oder? Hm. Find ich auch. Äh. Fanny? Kannst du uns vielleicht noch was herzaubern? Oh ja. Ich hab ne Idee. Und dann so um die Kurve, ja? Oh. Ja, 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 ja. Oh. Ja, das sieht super aus. Oh. Weißt du was? Ich halt die Kamera und du wirfst die Mummel rein. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Warte mal. Oh. Hier oben hin und dann. So. Okay. Ich nehm's mal hier. Oh. Oh. Weißt du was? Ich nehm' einfach die ganz große. Oh. Okay. Okay. So. Und. Ui. Oh. 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 Ist hier schwer. Oh. Hier hoch. Oh. So. Okay. Ich komm mit. So. Und jetzt von ganz oben, ja? Ja. Oh. Oh. Es hat funktioniert. Hier ist sie. Oh. Oh. Na gut. Oh. Stell die Kamera wieder hin. Ja. Oh. Es hat funktioniert. Oh. Oh. Ist das cool gewesen. Ja. Oh. Oh. Mensch. Danke. Das hat Spaß gemacht. Ja. Machen wir auf jeden Fall wieder. Oh ja. Und. Ihr könnt das zu Hause ja auch machen. Ja. Mach das doch mal. Und dann ganz um die Kurve. Und es geht ganz einfach, ja? Dann war's das auch schon wieder. Ja. Und für morgen, bring doch mal eine Taschenlampe mit. Ja. Oh. Das wird toll. So. Und jetzt? Sagen wir? Weißt du, wie das geht? Ja, klar. Bim, bam, bumm. Die Zeit ist um. Bim, bam, bumm. Die Zeit ist um. Die Lumm. Und?